So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO bzw. eine weitere Max Out Monday Folge und diesmal wieder mit Zuschauerwünschen, aber auch was eigenes, was ich machen wollte. Und guckt euch doch nochmal dieses Bild an. Ich bin zu Hause an meinem Homestop, da rennt ein Terrakium rum, ein Level 50er Terrakium mit 100%. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Jetzt ist es hier irgendwie hinter die Arena, man sieht es gar nicht mehr. Das fühlt sich auch richtig wohl. Schaut, wie das hier rumrennt, dieses Terrakium. Da ist ein Toxic-Kack. Das steht an meiner Seite. Man könnte denken, das ist mein Buddy-Pokémon, was mich verteidigt gegen diese ganzen Baumstämme. Denn hier ist schon wieder alles voll mit Alola Kokowai. Also, das ist ein Bild, das müsste man so eigentlich festhalten. Finde ich übelst genial. Aber man hat ja diese Folge, da sieht man das und das Terrakium. Jetzt kommt noch ein Ballon angeflogen. Ach, hör doch auf. Das ist ja wie zur Jodo-Tour. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ich möchte heute wieder ein bisschen was maxen. Und zwar nehme ich erstmal was, was ich heute maxen möchte unbedingt, was der Aufhänger von dieser Sendung wird. Und dann gucken wir wieder auf Zuschauerwünsche, die ihr vor zwei Wochen geschrieben habt. Letzte Woche habe ich ja das Terrakium und das Voldolos auf 50 gezogen. Beide mit 100%. Das war mein Traum. Weil die beide lucky waren, durch den Tausch entstanden sind, die Bonbons schon zusammen waren. Deswegen habe ich letzte Woche keine neuen Zuschauerwünsche gefordert. Und werde ich mich jetzt auf das Video dann beziehen, was vor zwei Wochen kam. Erstmal möchte ich aber hier Deoxys eingeben und euch zeigen, was ich bei Deoxys jetzt nun habe. Ich habe also ein normales, weil Deoxys ist ja jetzt, heute ist theoretisch der letzte Tag. Morgen ist Raidforcewechsel 10 Uhr. Deoxys in der Initiativeform, also die Speedform geht dann. Wir wissen noch nicht, was kommt. Im Laufe des Tages heute werden wir sicherlich den März-Kalender erfahren. Mit Durchbruch, Spotlights, Raids, Events, sonst was. Alles, was im März ansteht. Das ist mein bestes Normaldeoxys. Ein 98er. Das habe ich damals, 2018 noch, aus einem X-Raid bekommen. 30.11.2018. Die waren damals in X-Rais. Und ich habe natürlich auch das Shiny bekommen von diesen. Aber das ist die Form, die eben schon mal als Shiny da war. So, deswegen sehe ich hier nämlich auch ein paar alte. Das ist alt, das ist alt, das ist auch alt. Äh, die zwei sind alt. Der ist neu. Von diesem Mal. Dann habe ich ein, ich glaube, 98er Angriffs-Dioxys. Gut, ein 98er ist es gerade nicht. Das ist das Schlechteste. Aber hier, so ein 98er Angriffs-Dioxys plus das Schlechteste, was man aus dem Raid nehmen kann, habe ich aufgehoben. Und natürlich auch ein Shiny von der Angriffsform. Dann geht es weiter. Wir haben ein 98er Dioxys. Ich weiß nicht, wieso ich das aufgehoben habe. Das kann eigentlich weg. Wir haben ein Shiny, also von der Verteidigungsform. Wir haben ein 96er. Das habe ich damals immer für die Superliga genutzt. Wir haben ganz frisch das 100% Dioxys, gerade in dem Moment, wo Chinatom irgendwie eine Kampfanfrage geschickt hat für PvP, für Interaktion, ist das nebenbei aus dem Raid gekommen. Deswegen habe ich das Chinatom genannt. Das wollen wir heute maxen. Ihr habt hier auch noch ein zweites. Ihr habt hier auch ein 67-prozentiges, also nochmal das Schlechteste. Und auch von der Initiativeform haben wir 96er. 96er müsste das Beste sein. Und dann natürlich auch Shiny mitgenommen. Und sobald das Shiny kam, habe ich auch aufgehört zu raiden. Da war ich dann durch. Ja, also eins davon, zwei davon, eins davon. Der Rest da. Am meisten hat es für die Verteidigungsform gebraucht. Da musste ich wirklich fast 100 Rates machen. 80 bis 100. Was für eine Spanne. Bis endlich das Shiny kam. Bei der Verteidigungsform, äh, bei der Initiativeform waren das gerade mal 8. Der 8. war dann das Shiny. Also ihr seht die Unterschiede. Insgesamt habe ich jetzt also hier 1.085 XL Bonbons, 1.197 normale Bonbons und Raids habe ich 391 insgesamt von diesen Dioxissen. Das werde ich jetzt hier auf Level 50 ziehen. Was eigentlich totaler Quatsch ist. 2.570, aber es ist eben ein 100%iges. Und für die Sammlung wird das hochgezogen, wird das gepusht. Auf Level 50 haut hier auch voll rein. Und eigentlich könnte ich auch noch die anderen nehmen, die 98er, und könnte die zumindest auf 40 machen. Weil der hier ist zum Beispiel auf 40 mit 3.1. Wir könnten also auch dieses hier nehmen, vielleicht auf 40 pushen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht. Wir machen es einfach mal, komm, wir hauen auch das hier raus, auf 40, dass man mal so die Unterschiede sieht. Wie hoch die alle sind. Kommt auf 2.5 noch was. 2.5, 5.8, genau. Kriegt das hier noch dazu. So, das brauchen wir nicht auf 40, das haben wir ja auf 50. Und hier nehmen wir halt auch das Beste. Das müsste ja dann das sein, eben dieses 6.90er. Jetzt muss ich es nochmal kontrollieren. Hat schlechte Werte, aber egal, wir haben so viele Bonbons von den Teilen jetzt. Ich hab die Fresse dick, ich bin froh, dass die weg sind. Pushen wir da auch einfach nochmal. Das sind jetzt aber nicht 3 Pokémon gewesen, die gepusht wurden. Das zählt jetzt trotzdem nur als 1. Ich habe theoretisch jetzt nur ein einziges Pokémon gepusht. Und zwar das 100%ige in der Verteidigungsform. Jetzt gehen wir zurück und schauen mal nach euren Zuschauerwünschen. Wie gesagt, die sind 2 Wochen alt. Ich hab das hier wieder sortiert, nach neueste zuerst. Und bin ganz nach unten gescrollt, dass ich den ersten sehe, wo hier was drin ist. Der Benjamin Engel. Du hast ja trotzdem auch einen Taubsee auf 50, wo du schon 50 Taubos hattest. Okay. Wie gesagt, die Regeln sind eigentlich, ich gucke, ob ich ein Pokémon, was ihr vorschlagt, als 100% habe. Und wenn ich das als 100% habe und genügend Bonbons habe, genügend XL, dann pushe ich das auf 50. Ich möchte keine 40, ja, ich möchte 50 komplett durchpushen. Bei Taubos, ich habe einen Taubos auf 50. Okay. Es wurde vorgeschlagen, einen 100% Shiny mal zu pushen. Dann hatte ich gezeigt, welche 100% Shiny ich habe. Und von dem wurde sich das Taubsee ausgewählt, dass ich das Taubsee als 100% Shiny bitte auch mal pushen soll. Und Taubsee ist einfach ein besonderes Pokémon. Und es war ein 100% Shiny, da haben wir mal eine Ausnahme gemacht, obwohl wir schon das Taubos auf 50 haben, dass wir auch das Taubsee auf 50 gemacht haben. Aber eben, weil es ein 100% Shiny war und ich das auch nicht entwickeln würde, das würde ich wirklich einfach so lassen. Er wählt jetzt Elektek oder Satzenia. Elektek würde ich jetzt nicht machen, weil ich Elevoltec auf 50 habe. Hier, Elevoltec ist auf 50. Das muss so reichen. Aber Satzenia habe ich, glaube ich, nicht auf 50. Kann ich aber machen. Also für einen Benjamin pushe ich dieses Satzenia 100% auf Level 50. Heißt komischerweise noch Knofensa. Was auch wichtig ist, dass wir gleich immer hier den Tag noch dran machen von Level 50. Den habe ich jetzt bei Dioxys auch vergessen. Deo. Deo, China, Tom, Tag 100 und Level 50. So, sieht das doch gleich besser aus. Was haben wir noch? Das war das Erste. Ich mache fünf Zuschauerwünsche. Togepi, nur die erste Form. Also Togepi, Sengs. Togepi, die erste Form. Ich habe, wenn ich mal eingebe hier vier. Wir machen das direkt mal so. Wir machen jetzt immer genau vier Sternchen. Und wenn wir dann gucken nach Togepi, dann sehen wir, wir haben die Reihe voll. Die Familie, das ist aber schon auf 100%. Da wir das schon auf 100% haben und da es kein Shiny ist, würde ich das jetzt weglassen, aber es würde gehen. Wir gehen also weiter. Das Skaraborn. Skaraborn brauche ich nicht gucken, habe ich keine XL. Lugia wäre nice auf 50. Lugia. Ach Leute. Lugia haben wir damals schon auf 50 gepusht. Das ist also schon fertig. Mein Vorschlag, ein Ponida schillernd auf Level 50 zu ziehen, ist mein Vorschlag, habe ich nicht auf 50. Habe ich nicht. Ich kann ein 100er Galopper machen. Ich kann ein 100er Ponida theoretisch machen, aber ich habe keinen Shiny 100er Ponida. Henry wird also leider nichts. Dritter Versuch, Ramses zu fragen, ob er ein Shiny Ponida auf 50 ziehen kann. Nicht Galopper, weil es einfach eines der schönsten Shinies ist. Ist der dritte Versuch. Ich sage mal spätestens nach 10 Versuchen. Muss ich wohl nachgeben. Gossi, probier es bitte weiter. Relaxo auf Level 50 steht hier. Schauen wir mal. Relaxo. Da sehen wir hier ein Relaxo. 100%. Level 50. 3.600. Ist also auch schon fertig. Okay, Leon. Dann, das arme Enton. Ja, da habe ich, weil der Thomas ja gerne einen... Weil der Thomas gerne Enton wollte, ich aber ein Entoron noch nicht auf 50 habe, habe ich natürlich das Entoron genommen. Paul sagt jetzt Simsala oder Pam Pam. Pam Pam. Habe ich keine XL, glaube ich mal. Beziehungsweise habe ich kein 100%iges Simsala, müsste ich auf 50 aber haben. Hier ist auf 50, also das passt auch. Brauchen wir auch nichts mehr machen. Taubsi, Beste, freut sich. Ein Shiny Toggerkiss auf 50 wäre cool. Kein Hunderter. Yugong oder ein 100% Pikachu oder Raichu. So. Pass auf. Yugong. Ich dachte eigentlich, Yugong haben wir beim letzten Mal nicht gemacht. Können wir aber machen. Wir ziehen das Yugong auf 50. Da jeder nur einen Vorschlag machen soll, lassen wir Pikachu, Raichu erstmal weg. Ist aber noch offen und könnte theoretisch noch gemacht werden. Wir machen jetzt hier wieder 50 drauf. Das ist... Das ist jetzt der zweite Vorschlag erst, oder? Ich habe... Was habe ich denn gepusht? Ich habe das Yugong gerade gepusht. Und was habe ich davor gepusht? Ich weiß es schon nicht mehr. So einfach geht das. So haben wir das gemacht. Ja, ich gehe mal vor der Auswahl jetzt das zweite. Miltank. Die Milchkuh fände ich cool. Miltank. Vier Sterne und Mil... Miltank. 100 ist da. XL sind... XL sind auch da. Wir ziehen Miltank auf 50. Woppa! Müsste jetzt das dritte sein von euch. Also zwei Stück könnte man auch machen. Drücke hier drauf. Zack. 2662 ist die Q auch fertig vom Lost Lift. Das Taubsee ist für den Schilling. Genau. Ein Dratini auf 50. Shiny Crypto ist egal. Habe ich schon einen Dragoran auf 50? Würde ich Dratini jetzt erstmal weglassen. Da. So. Wäre ja sonst fies. Wenn wir wirklich aber irgendwann gar keine Vorschläge mehr haben. Oder nicht genügen. Dann muss ich auch anfangen mit den Vorstufen. Also wenn wir jetzt hier durch wären und nichts mehr haben. Machen wir es wieder weiter. So. Kannst du bitte entweder ein Skellabra, Rihonja oder schon Schanera, Hytera auf 50 ziehen. Wenn du das noch nicht gemacht hast. Und die Baumwombs dafür hast. Wäre mega cool. Skellabra, Rihonja, Schanera. So. Skellabra. Rihonja ist auf 50. Rihonja ist auf 50. Hytera. Hydera ist nicht auf 50. Können wir machen. Auf 3117. Das heißt, hier kommt auch wieder der Tag dran. Level 50. Und wir haben noch eins übrig. Eins können wir noch machen. Ein Vorschlag haben wir noch. Sumpex wäre genial. Sumpex habe ich aber auch schon auf 50. 4. 4 Dings und Bums zum Packs. Hier ist auch auf 50. Genau. Können wir also nicht mehr machen. Da du es ja endlich in 100% hast und so viele Lucky Trades gemacht hast, dafür weiß ich, dass du dich mega freuen würdest, wenn du uns zeigen kannst, deinen Terrakium 100er zu maxen. Haben wir ja letztes Mal gemacht. Ich habe keins in 100, ein Smogmog, äh, äh, ein Smogmog oder Hisui-Elektroball. Smogmog. Haben wir Smogmog da? Smogmog. Auf. Können wir machen. Smogmog. Level 50. Ist dann das fünfte aus der Community, was gemaxed wurde. Also hier auch. Tag dran. Zack. 50. Beim Hisui-Voldoball weiß ich gar nicht, ob ich da einen 100er habe oder den dann machen kann. Wollen wir mal nachgucken. Woll. Wir haben 100. Wir können entwickeln. Ich habe den noch gar nicht entwickelt. 150 können wir ihn auch ziehen. Aber die Bioshanka hat ja ihren Vorschlag schon gehabt. Das heißt, eigentlich sind wir fertig. Ansonsten gibt es hier noch, äh, Attacken und Moves. Das wäre cool, wenn man das immer so zeigen kann. Bei wichtigen Pokémon haben wir nicht dabei. Und es sind... Alle Kommentare sind fertig. Das heißt, es ging perfekt auch. Wir haben 5 gemaxed von euch. Eins von mir. Jetzt wäre das Ding nämlich gewesen, wenn ich jetzt durch bin. Habe alle Kommentare fertig. Hätte aber nicht 6 Stück gemaxed. Dann hätte ich jetzt von unten angefangen und nochmal geschaut. Was ich ignoriert habe. Was aber möglich gewesen wäre. Und hätte da gemaxed. Versteht ihr jetzt hier das Prinzip? Man kann ja nicht in der Max Out Monday Folge machen und nur einen Pokémon maxen. Wer doppelte Vorschläge gehabt hat und wer jetzt gesagt hat, jo, das wäre cool oder das und ich habe das gemacht, den zweiten ignoriert, wäre ich beim erneuten drüberfliegen dann auch auf euren zweiten Vorschlag gekommen. Oder wer halt sagt jetzt 100% Togepi und ich habe halt die Endversion schon. Dann wird halt die Anfangsversion auch gepusht, sofern es möglich ist. Unter diese Folge könnt ihr also wieder eure Vorschläge machen. Vielleicht schreibt ja noch einer Hisui Voltoball drunter als 50. Also dann würde ich ja trotzdem Elektroball nehmen, egal. Ihr wisst aber, ihr habt das jetzt verstanden ungefähr, wie das funktioniert, oder? Hoffe ich. Damit nicht alle immer enttäuscht sind, wenn sie sagen, ja, ich dachte, du magst einfach alles, was wir sagen. Es soll schon am besten ein 100% sein und geht dann auch nur, wenn ich die nötigen XL Bonbons habe. Ansonsten könnt ihr Vorschläge machen, wie ihr wollt, denn wenn der Fall eintritt, dass wir zu wenig Vorschläge haben, dann muss ich notgezwungenermaßen auch mal auf die Vorschläge eingehen, die vielleicht wirklich wünschenswert sind von manchen. Also wenn ich sehe, dass Master Gossi so extrem dahinter herhängt, dass sie unbedingt dieses Bonile haben will, habe ich ja gesagt, wenn sie das zehnte Mal Versuch Nummer 10 hat, spätestens dann werde ich wahrscheinlich klein beigeben. Aber wenn es vorher schon stattfindet, kann es natürlich auch sein. Ansonsten hoffe ich, ihr habt Spaß mit diesem Format, so wie ich. Ich fand es eigentlich gerade richtig genial, immer auch zu vergleichen, immer auch zu gucken. Da sieht man auch nochmal, was schon auf 50 ist und was nicht. Und gleichzeitig natürlich, was ihr für Lieblings-Pokémon habt oder vorschlagt. Schreibt neue Vorschläge drunter. Jetzt geht es weiter. Wir sehen uns heute Abend bei Chill mit Ramses oder dann, wenn die März-News rauskommen. Die müssten ja heute kommen, weil morgen ist schon der Raid-Boss-Wechsel. Und mal gucken, was uns da wieder erwartet. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.